So Leute, schönes Hauptmenü. Denn wir wissen alle, wo wir jetzt hinwollen. Anscheinend gibt es ein neues DLC. Neue Stimmen. Aber die gucken wir uns nicht an, denn wir haben einmal Ambush of the Imposters und das ist das erste DLC. Ja, wobei, das war das zweite. Und das ist jetzt das dritte. Und wir haben die Hauptstory noch nicht mal durch. Und wir wissen alle, dass wir jetzt in den Kirito-Modus reingehen. Damit wir die Hauptstory auch endlich weitermachen können. Und hoffentlich die letzte Szene mit Premiere noch machen können. Stürzt jetzt bitte nicht abspielen mit einem Fatal Error, weil ich Kirito-Modus ausgewählt habe. Das wäre sehr freundlich. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin schon ein paar Dank. Ich bin schon ein paar Mal auf. Aber das ist das Kiel der Kiel des Kielten. Oh, okay. Das ist das Kiel, der Kiel des Kielten. Es gibt auch das Kielten und der Kielten. Und zwar die Kielten mit der Kielten mit dem Kielten, sondern wir haben das Kielten. Aber wir machen die Kielten mit dem Kielten. Und das ist das Kielten mit dem Kielten. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber gut, warum reden wir über meine UFG? Wurde ich meine UFG? Was ist mit dir, Kirin? Das würde ich auch gerne wissen. Ich wette, Itsuki hat auch eins. Was ist mit dir los? Oh, Bööö, Death Gun hat deine Arschwärme. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Das würde ich auch gerne benutzen. Aber ich möchte die Arschwärme aber nicht. Aber du musst die Arschwärme einfach nicht nutzen. Ich will sie haben, ich will sie ausprobieren, ich will sie behalten. Aber du darfst dir ja keine Leute weitergeben. Ich meine ja nur für fünf Minuten. Du musst sie mal ausprobieren. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Aber du musst dich nicht aufhören. Ich habe wirklich nicht so viel zu sprechen. Ich habe es nicht so gut. Du kannst mir keine Angst haben. Dann kannst du mir nur die UFG schihen. Du kannst nur die Zeit nicht logieren. Das ist die erste Funktion. Du kannst nur die Begründung des Begründungsverfahren. Viel Spaß. Vergiss nicht, sie zurückzugeben. Danke. Du kannst mich sehr gut nutzen. Das war's für heute. Danke. In der Kultu-Modus ist es jedoch nicht möglich, am Online-Koop oder PvP teilzunehmen. Du hättest alle verdienten EIP und erhaltenen Gegenstände werden in deinen Vata oder deine Box geschickt. War sie bei vor ein paar Parts auch schon? Weil die Haare lang sein müssen, okay? Kulte Frage. 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 B.O.B. Kirito-kun, bitte. Verstehen Sie sicherlich. Papa, B.O.B. ist ein kreativ. Haben Sie die Läufe? Bitte verstehen Sie sicherlich. Und der andere Account theoretisch auch Kirito heißt. Was macht das denn für einen Unterschied, nur weil man anders aussieht? Und das Aussehen kann man auch mit dem anderen Avatar so ein bisschen machen. I don't fucking know. Mal gucken, wie es weitergeht. Sicherlich einfach wieder story-up. Ja, ne? Ähm... Dann wollen wir noch mal sehen. Dann wollen wir noch mal sehen. Dann würde ich glaube ich nicht wie gewohnt kämpfen können. Dann würdest du glaube ich nicht wie gewohnt kämpfen können. Dann würden Sie auch noch mal einen Angriff. Statt aus dem Kirito-kunst. Statt aus der Zeit des Kirito. Aber ich weiß nicht, was Sie daran kennenlernen können. Kiriko. Ah. Kiriko. Hallo weibliche Person. Vermeidlich weiblich. Ich bin so ein kleines Kind. Ich bin so ein kleines Kind. Hey, Kanasa. Du bist auch auf B.O.B. Kanzel? Nein, alles Solo zu plätten. Danke. Wir sehen uns. Einige sind nicht so. Was ist das? Was ist das? Mein Gesicht, mein Gesicht und mein Körper... Ich bin so eine Frau. Mein Herz ist nicht... Ich bin so ein Mann. Aber ich bin so ein Mann. Was ist das? Was ist das? Es ist auch nicht höflich. Irgendwelche Leute einfach so... Na? Warum? Ich bin Shino... Nein. Ich bin auch gar nicht. Ich bin Shino... Sie sind Shino, oder? Sie sind der Shino? Ich habe dieses Programm auf den Zeichen dieses ... Ich bin Shino. Ich bin Shino-B.O.B.F.N.F.G. Ich bin alle Menschen, Shino-Ginger. Ich bin sicher. Du hast du einen. Wenn du so einen langenangrenvolles secure, Ja, bitte. Komm her, bitte. Was ist das? Du bist okay? Du bist schlecht. Du hast mich geholfen. Hams. Danke. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist so was. Ja, ja. Ich bin Shinob. Warum muss ich fast die ganze Zeit breit grinsen, ey? Wenn ich nicht mehr zu abonnieren, dann wird es noch ein paar Minuten nach oben. Ich glaube, dass sie jetzt nur existiert, um diese eine Szene nachzustellen. Diese Manu-Mega. Wahrscheinlich. Warte, warte, warum ist Shinno in POV? Ich habe noch eine Zeit, um die erste Liste zu abonnieren, weil ich nicht die erste Liste nicht mehr auswählen kann. Ich habe mich nicht mehr zu abonnieren. Ich habe noch nicht nur einen Schocken gehabt. Das ist aber... Ich habe mich sehr schockiert, aber... ...ich... 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 Ich glaube, es ist kein Problem. Ich glaube, Death Gun ist kein Abitur. Ich kann es nicht in B.O.B. sein, aber... Wenn ich mich in der Spiel, dann wird die Abitur immer geöffnet werden. Erstens. Ich finde, dass ich kein Abitur für einen 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 Abitur. Hast du den Abitur? Abitur... Oh... Es tut mir leid. Ich glaube, dass die Abitur für einen Abitur für einen Abitur für einen Abitur. Oh... Ich bin ein Abitur. Ja... Können wir uns jetzt endlich mal irgendwie bewegen? Danke. So, als allererstes. Ah, das K stört. So, wir sind Level 100. Wir haben Stärke und Beweglichkeit, ganz normal. Keine Erfahrungspunkte. Hauptquests und Nebenquests sind alle wahrscheinlich genauso wie vorher auch. Ja... Ach stimmt, den einen Dungeon musste ich auch nochmal machen. Okay... Ähm... Wir haben sonst noch keine anderweitigen... Quests... Oder Storyabschnitte. Finde ich schade. Tarnungseinstellung? Tarnungseinstellung? Oh... Oh... Warum hab ich da ein Auge? Hä? Ah, das sind die... Zwei neuen Charaktere, glaube ich. Vom neuen DLC. Gut, natürlich gibt's da auch... Warum sitze ich schon in meiner Freundesliste? Ich muss die doch erstmal ansprechen wahrscheinlich. Oder so. Keine Ahnung. Die sind einfach mal so drin. Okay. Äh... Nichts weiter zu tun. Also würde ich mal... Nein, die... Die Ausrüstung wollte ich noch... noch checken. Nein, kann ich... Kann ich nicht. Okay. Hm. Oh Gott, nein. Oh nein, bitte nicht. Egal. Siehst du auch in B.O.B. in B.O.B.? Sinon... Kopf... nach links... und laufe! Nein. Ich kann auch nur die Wahl haben. Ich... auch nicht. Ich... Hey, Asara... Oh nein... Sinon... Du bist auch noch etwas zu einem. Deswegen... Du bist auch in B.O.B. in B.O.B. gewinnen. Ahem... Wo ist... Nein, ich meine natürlich wie keiner. Ähm, wo ist... Nein... Ich meine natürlich wie keiner. Ähm... Aber... Ich bin nicht so einig. Ich bin nicht so einig. Ich bin nicht so einig. Du bist ein Spieler oder Sigan? Du bist so einiger Spieler. Du bist so einig. Du bist so einig. Ich bin so einig. Einig. Aber... Oh. Ja, natürlich. Ich bin auch Sinon. Ich bin auch. Haha. Das ist ein ziemliches Gefühl. Das war's für mich. Woher warst du? Wo warst du? Ich bin für deine Freunde... Ich bin für dich. Du sollst hier sein. Sinon. Du bist ein besonders... der der größten Beziehung. Was für eine Unterstellung. Hör auf zu labern, du guckst nicht mal auf sie, okay? Du versuchst sie doch nicht mal zu verstehen. Danke. 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 Ah, endlich. Entschuldigung, Kirikosan. Ich habe eine andere Seite gesehen. 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 Ich habe eine andere Seite gesehen.